Hamburg, das ist mehr als Elbphilharmonie Michel und Speicherstadt. Was es sonst noch zu entdecken gibt, zeigen wir euch in den nächsten 60 Sekunden in unseren einfach mal raus Geheimtipps in Hamburg. Wer wissen will, wie ein Dorfleben vor 100 Jahren ausgesehen hat, der ist im Museumsdorf Volksdorf genau richtig. Ein Sprung über die Elbe und schon ist man im Haberger Binnenhafen. Ein Friedhof der Superlative mit 389 Hektar ist der Ohlsdorfer Friedhof der größte Parkfriedhof der Welt. Die Hofgeschichte zum Anfassern findet ihr in den malerischen Vier- und Marschlanden auf dem Hof Eggers. Geheimnis Das war's für heute.